Wir waren umgegangen, mussten aber auch dann Ufo auch noch Danke sagen für einen Konter, wo der Gegner das gut gemacht hat und Ufo vorab gehalten hat. Und dann in der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen nachgelassen, haben aber das zweite Tor gemacht. Und dann kommt vielleicht ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen Lockerheit dazu, oder man ist nicht mehr ganz so gespannt. Und dementsprechend haben wir dann mit einem Elfmeter noch das Anschlusshohr bekommen. Die letzten Minuten sind dann hektisch, wenn der Gegner nur ein Tor schiessen muss und einen Unentschieden holen kann. Und das war heute auch so und das ist eigentlich nicht nötig. Und das war heute auch so, dass wir zusammen mit einem Knopf konzentrieren, mit einem Knopf gewohnt und einen Knopf gewohnt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.